Das war vor ein paar Jahren. Dann habe ich die kurze Strecke abgelehnt, aber ich hatte nicht so gute Gefühle. Jetzt fahre ich jede Strecke, auch kurze. Es ist egal, kurze oder große Strecke. Aber jeder Chauffeur muss einfach fahren. Nicht nur ein paar Chauffeure fahren eine kurze Strecke. Alle anderen warten, bis eine große Fahrt kommt. Die beste Lösung ist einfach so eine Regel. Jeder Fahrgast muss das echte Taxi nehmen. Das ist die beste Regel.